Und wir werfen gerne einen Blick auf das Wetter, denn es gibt schöne Aussichten. Wir sehen, morgen wird das Wetter tatsächlich überall über 20 Grad sein. Die Temperaturen, die wir von tagsüber kannten, haben wir jetzt nachts. Das bedeutet rosige Aussichten und damit das Ganze auch schön wird, wäre es doch keine schlechte Idee, so ein wenig Sonnenstrahlen zu genießen, vielleicht auch mal rauszugehen. Und dafür haben wir ein ganz geniales Set für Sie vorbereitet, unser sogenanntes Picknick-Set. Wenn man sich das so auf den ersten Blick anschaut, sieht das aus wie eine gewöhnliche Tasche, aber sofort sieht man, wow, da ist ein Besteck-Set drin für zwei Personen. Ein Edelstahl mit Kunststoffgriffen, selbst zwei Weingläser sind mit dabei, zwei Teller, zwei Papierservietten und die Tasche selber ist absolut genial. Wetter- und Schmutzabweisend, top zum Mitnehmen, richtig leicht und handlich. Und das Schöne ist, man kann sie tatsächlich von beiden Seiten aufmachen. Wir kennen das häufig bei Taschen, wenn es nur auf einer Seite aufgeht, ist umständlich. Und haben wir in dem Fall hier auch mitgedacht, ganz clever, eine ganz tolle Tasche, four to go, ob es jetzt eine Radtour ist oder wandern in den Bergen und dann schön ein kleines Festspaar vorbereiten. Hiermit sind sie bestens ausgestattet. Jetzt schauen Sie mal, was da alles drin ist. Das ist erstmal super, wenn man das einfach mal im Auto hat, wenn man unterwegs ist. Man braucht nicht immer dieses Plastikbesteck sich zu holen, was man wegwirft. Also es ist auch umweltfreundlich. Hier haben Sie tatsächlich zwei Teller drin, zwei Stoffservietten, Weingläser sind mit dabei. Das kann so richtig romantisch sogar werden. Und dann, wie gesagt, Besteck für zwei Personen. Jetzt ist der Drang groß, rauszugehen. Und vielleicht möchten Sie einfach auch nur mal grillen und mit Ihrer Familie sein, da gerne mehrfach zugreifen. Für mich ist das optimal, weil es sieht nicht nur super toll aus, es ist einfach praktisch und das braucht man. Heutzutage geht man gerne auch wieder Radfahren, kann man einfach am Rad festmachen, hat man immer sein Set dabei. Dann macht das Essen draußen im Freien auch wieder Spaß. Wir sind ein bisschen eingeschränkt hier und da, manchmal hat Gastronomie nicht offen. Man möchte aber gerne draußen was essen bei schönem Wetter. Das ist nicht nur ein fabelhaftes Geschenk. Sie haben hier auch richtig viel Geld gespart. Das hat mal 24,90 Euro gekostet. Und bei uns bekommen Sie einen absoluten Sonderpreis heute, wenn Sie zuschlagen, damit Sie die Sonne so richtig schön genießen können. Also ich, wenn ich mir das so anschaue, würde das sicherlich zum Spaziergang nehmen. Oder Sie möchten vielleicht auch Ihre Frau eine kleine Freude machen. Ich habe dazu auch einen interessanten Kundenbeitrag. Da sagt es, SZ aus Haldenwang, super Sache. Klein, handlich, kompakt, aber alles dabei, was man für ein Picknick braucht, konnte mit damit meiner Frau eine riesengroße Überraschung bereiten. Und seitdem liegt es im Auto, ist immer für ein spontanes Picknick bereit. Genau darum geht es. Wir können uns jetzt auch mal wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Und wenn wir nun mal hier, sehen Sie es, schönes Picknick. Ganz ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal so einen tollen Picknick gemacht und die Natur genossen? Hier mit Ihrer sehr robusten, eleganten Tasche, Wasser und Sputz abweisen. Einen tollen Tragegriff, einfach perfekt zum Mitnehmen. Zwei kleine Teller, zweimal Besteckset, Weingläser, Stoffservietten. Einfach bequem aus- und einräumen. Und dann auch noch mit diesen Gummischlaufen, dass alles ordentlich bleibt. Perfekt for to go. Und das Ganze für einen ganz kleinen Preis. Also eine ganz, ganz tolle, geniale Idee zum Verschenken. Mehrfach zugreifen, wenn Sie Familie haben. Sie können das Wetter genießen, haben alles dabei. Und es ist auch ordentlich, ja. Dann macht das einfach auch mehr Freude, draußen zu snacken und draußen zu essen. Wir kennen es alle, man holt eine Tüte, da ist irgendwas zum Essen drin. Und dann hat man das Geschmotze, sage ich jetzt dazu. Hiermit können Sie elegant und schön, auch in der freien Natur, das Essen genießen. Das Ganze für 9,99 Euro. Bitte schnell sein mit der Bestellnummer NX8897 und der 569. Hier haben Sie clever gespart. Und Sie können daheim vielleicht auch eine kleine Freude machen. Mit einem ganz süßen Picknick überraschen. Oder bei Ihrer nächsten Radtour so richtig schön schlemmen. Mit einem genialen Set. Sogar mit einer Tasche vorne drin, falls Sie Ihre Sachen reinmachen möchten. Also hier ist an alles gedacht worden. Seien Sie schnell, genießen Sie die Sonnensprallen. Rufen Sie an unter 0800 51 51 und 3 mal die 4. Viel Spaß.